Daten, 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 wohin nur damit? Genau dieser Frage geht der Data Engineer nach. Das ist der letzte der Berufszweige im Data Science Bereich, den wir uns hier erstmal angucken wollen. Vielleicht kommt noch später was dazu, wenn ihr was vermisst. Aber lasst mich vorher noch sagen, der Data Engineer wird manchmal auch Big Data Engineer genannt, manchmal Smart Data Engineer, manchmal wird er Data Architect oder Smart Data Architect oder irgendwas in diese Richtung bezeichnet. Und ja, man hat hier eigentlich jemanden zur Hand, der sich eher mit, der Architect sagt es eigentlich meiner Meinung nach ein bisschen besser, mit der Architektur sich beschäftigt. Das bedeutet, die Daten sind da. Wie kann ich die Daten effizient verwalten? Jeder Mensch produziert am Tag so im Schnitt so ein paar hundert Megabyte bis hin zu einem Gigabyte. Bei mir sind es ein paar mehr, würde ich behaupten, aber das ist eine andere Geschichte, denn ich produziere Videos und jedes von diesen Videos hat ein paar Gigabyte. Aber hey, und mit diesen Daten muss man effizient irgendwie arbeiten können. Das machen der Data Scientist, der macht irgendeine Data Fragestellung und macht dann seine eigenen Sachen. Der Data Analyst analysierte das, was da ist, zum Beispiel eben KPIs oder was auch immer, um dann am Ende die richtigen Schlussfolgerungen für Unternehmensentscheidungen zu finden. Und der Data Engineer stellt denen die Daten alle schön toll zur Verfügung. Das geschieht in sogenannten Data Warehouses beziehungsweise Data Lakes. Da gibt es einen großen Unterschied. Data Warehouses auf der einen Seite sind wie Warenhäuser, ja. Da werden die Daten sozusagen drin gespeichert, sind aber relativ unflexibel und fest, könnte man sagen. Das bedeutet, da kann man sich dann halt natürlich die Daten als Frame rausziehen und dann darauf einige Analysen durchführen. Sowas wie zum Beispiel, wie sieht eigentlich meine Watchtime aus oder was für eine Zuschauerbindung habe ich oder wie viele Zuschauer haben wir eigentlich hier auf diesem Video. Das wäre Data Warehousing. Im Data Lake ist alles wie ein Fluss sozusagen oder ein See, ein bisschen flüssiger, schwammiger, leichter, agiler eben. Und das ist eigentlich so das, was man momentan immer mehr versucht. Man möchte alles doch ein bisschen flexibler und agiler halten. Deswegen der Data Lake. Dort habt ihr dann eben relativ schnell neue Datenströme drin. Relativ schnell aber auch diese Datenströme wieder ein bisschen verrutscht, sodass man eben die Daten beisammen hat, die man braucht. Und man muss nicht alles neu formatieren oder neu machen sozusagen in einer separaten Partition oder sowas, sondern man kann sich relativ schnell die Daten eben ziehen, die man möchte und kann damit dann irgendwelche Sachen machen. So, das ist erstmal zum Datenverwalten. Jetzt muss das natürlich noch skalieren und das ist auch ein wichtiger Job des Data Engineers. Das Ganze muss skalieren. Egal wie viele Daten ihr habt, wenn plötzlich einfach, jetzt sagen wir mal 2050 ist, dann erwartet man, dass plötzlich am Tag 250 Zeta Byte ungefähr produziert werden. Aktuell sind wir bei 30 oder sowas. Das heißt, schon nochmal ein bisschen mehr. So das 8-fache ungefähr von dem, was wir aktuell haben. Und dementsprechend muss eure Architektur auch skalieren, denn man möchte sowas nicht alle Tage neu machen. Es gibt ja noch mehr Daten, die man irgendwie verwalten muss. Als Data Engineer werdet ihr also in die Cloud gehen, dort eure ganzen Cloud-Geräte oder Cloud-Systeme administrieren und dort dann auch für die Daten ein gewisses Zuhause schaffen. Also die Daten verteilen, wo sie hin sollen, wie sie verwaltet werden, welche Systeme verwendet ihr im Hintergrund, wie werden die automatisch da irgendwie eingepflegt, diese Daten und ja, wie kann man das eigentlich auch skalieren, dass es vielleicht nicht nur auf zwei Maschinen läuft, sondern auf 100 Maschinen, falls denn so viele Daten anfallen. Und genau das ist eben das, was der Data Engineer tut. Es ist ein bisschen ein anderer Berufszweig, denn er spielt eigentlich den Data Scientist und dem Data Analyst eigentlich nur in die Hände. Er beschäftigt sich sehr, sehr viel mit Data Warehousing, aber eher weniger mit dem Auswerten der Daten. Teilweise muss man natürlich auch anfangen, diese einzelnen Datenpakete ein bisschen zu bereinigen, weil manchmal sind auch einfach kaputte Daten dabei, die man nicht möchte. Solche Sachen macht auch der Data Engineer, aber hauptsächlich geht es hinten dran um die Architektur, um das effiziente Speichern und Verwalten davon. Und ja, wenn euch das Spaß macht, dann seid ihr als Data Engineer wahrscheinlich sehr gut aufgehoben. Die Gehälter unterscheiden sich hier ziemlich stark, sind aber eigentlich ähnlich wie beim Data Analyst und beim Data Scientist. Sie fangen so ungefähr bei 45.000 an und gehen halt nach oben. Je nachdem, welche Firma ihr da habt, sind die schon etwas höher. Da kommt es aber auf die Quelle an, wie man da zitiert. Und ja, also 100.000 scheinen kein Problem zu sein, an manchen Stellen, an anderen Stellen vielleicht schon. Gut, falls euch das interessiert, dann habe ich da was für euch. Falls ihr sagt, ey Mensch, das ist genau mein Ding, ich will in diesem Bereich auch wirklich arbeiten, ich will wirklich was professionell damit tun, dann schaut bei unserem heutigen Sponsor vorbei und zwar GetInIT. Ich habe ja schon häufiger was mit GetInIT gemacht und es freut mich, sie wieder hier begrüßen zu dürfen als Sponsor, denn es ist einfach ein wahnsinniger Mehrwert für euch vor allem. Und zwar, ihr könnt euch dort registrieren und für euch kostet das überhaupt nichts und anschließend euer Profil ausfüllen. Das bedeutet, ihr könnt hier eintragen, was ihr für Skills habt. Hier sehen wir schon, wie viel wir eigentlich schon gemeinsam gemacht haben. Hier können wir zum Beispiel jetzt noch Pandas eintragen. Das ist, wie gesagt, eine wichtige Bibliothek im Bereich zu Python und können hier dann eben unser Profil vollständig ausfüllen. Also, welche Sprachkenntnisse haben wir, was für Perspektiven, Studium, Lebenslauf, Ausbildung, Praxiserfahrung und so weiter und so fort. Könnt ihr hier alles eintragen. Und das Tolle ist, ihr müsst nichts weiter tun. Ihr müsst einfach nur euer Profil aktiv stellen, also nicht pausieren, so wie ich das gemacht habe. Und ihr könnt angeschrieben werden von einem Arbeitgeber, von einem von sehr vielen Arbeitgebern, die genauso jemanden suchen, wie ihr einer oder eine seid. Und das ist das Coole dabei. Euch kostet das überhaupt nichts. Das dürfen die Arbeitgeber dann bezahlen. Und ihr könnt so relativ problemlos einen Job finden, beziehungsweise ein Vorstellungsgespräch finden. Von den Leuten, die sich hier wirklich registriert haben, über meinen Rev-Link unten in der Beschreibung, die haben tatsächlich auch schon zu 80% eine Anfrage bekommen, eine Job-Anfrage bekommen, sofern sie zumindest natürlich hier ihr Profil komplett ausgefüllt hatten. Und das freut mich wirklich sehr. Deswegen promote ich auch GetInIT so gerne. Und ja, in dem Sinne war es das von meiner Seite. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.